Im Jahre 1817 eröffnete der Kaufmann Michael Winkler zusammen mit seiner Ehefrau ein Streitbahngeschäft in der Nürnberger Bergstraße. Bedauerlicherweise war das Leben von Michael Winkler nicht allzu lange und er starb. Die Firma hatte einen Prokuristen. Dieser Prokurist war Emanuel Anton von Schorn. Im Jahre 1827 heiratete Frau Winkler den Prokuristen von Schorn. Die Firma hieß dann Winkler & Schorn. Einer unserer großen Vorteile ist unser großes Sortiment. Winkler & Schorn führt insgesamt über 15.000 Produkte, die wir Ihnen kurzfristig beschaffen können und von denen liegen allein 4.000 hier im Lager in Rostal ständig zu ihrer Verfügung, die wir Ihnen kurzfristig ausliefern können. Unsere Logistik ist perfekt auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt. Egal ob sie die Ware per eigenem Lkw, per Paketdienst oder per Spedition erhalten. Sie können sich sicher sein, dass sie die Ware schnell und in bester Qualität erhalten. Nach dem zweiten Weltkrieg war unser traditionelles Liefergebiet der Umkreis von etwa 200 km rund um Nürnberg. Als altes Nürnberger Unternehmen stand Nürnberg immer im Mittelpunkt. Wir haben dann erweitert und bayernweit geliefert, ganz bayern abgedeckt und inzwischen liefern wir deutschlandweit. Nein, eigentlich stimmt das auch nicht. Wir liefern nicht deutschlandweit, sondern europaweit, besonders bei großen Kunden und im Speziellen für einen ganz besonderen Kunden sogar weltweit alle seine Niederlassungen. Im Jahre 1952 war ich noch bei der amerikanischen Truppe beschäftigt und wir hatten zu diesem Zeitpunkt den Aufbau der Nürnberger Bahnpolizei beendet. Ich konnte ohne Komplikationen ausscheiden bei den Amerikanern. Bedauerlicherweise war aber im Nürnberger Raum durch die Bombardierung kaum ein trockener Raum zu zu einem Lager für den Großhandel von Winkler und John zu finden. Meine ersten Lagerräume waren im Rathaus unter der jetzigen Polizeiwache und das Schlimme dabei war, dass ein dichtes Dach nirgends vorhanden war im Rathaus. Es regnete überall rein und ich musste von unten erstmal eine Ziegelerhöhung bauen. Dann konnte ich Balken darauf legen und dann die Ware drauf lagern. Importe aus der ganzen Welt ermöglichen es uns, ihnen ausgezeichnete Qualität zu sehr guten Preisen zur Verfügung zu stellen. Dabei überwachen wir sowohl die Fabriken vor Ort wie auch den Transportweg. Ich stehe hier gerade in unserem Pufferlager, in unserem Zentrallager in Rostal. Rostal liegt in Mittelfranken und bietet uns alle Möglichkeiten, die wir als mittelständischer Betrieb so brauchen. Hinter uns die Ware ist kurzfristig vor wenigen Tagen angekommen und wird auch genauso schnell wieder an unsere Kunden ausgeliefert werden. Besser wurde die ganze Geschichte als wir mit der Bundesbahn, als ich mit der Bundesbahn einen Vertrag schließen konnte. Ich würde die Reifbrauerei übernehmen. Besonders das Erlebnis war, dass ich Dieter Baukart von Wiesbaden abholen konnte und er wollte für mich arbeiten. Und wir hatten dann zusammen eine wunderbare Zusammenarbeit, die heute noch andauert. Und als wir unsere Zusammenarbeit mit der Bundesbahn, mit Herrn Cornelsen abschlossen, waren wir beide sehr zufrieden und wir konnten aus dem Gewinn, konnten wir mit der Stadt verhandeln, weil die Stadt den Gewerbehof West gegründet hatte. Nach dem Aufbau der Lagerhalle in der Flachslander Straße konnten wir zusehen, wie sich unser Betrieb vergrößerte. Das dauerte bis zu den Jahren 2006. Und da hatte ich das Glück, dass mein Sohn seinen Doktor gemacht hatte und von Köln nach Nürnberg in meine Firma übersiedelte. Und ich konnte ihm den Betrieb anvertrauen. Die Welt, in der wir alle leben, ist auch für Verpackungsgroßhändler relevant. Die Umwelt und der Naturschutz spielt für uns eine große Rolle. So achten wir bei unseren mehr als 300 Lieferanten selbstverständlich darauf, dass diese nach umweltgerechten Aspekten produzieren. Und wir können ihnen ein Sortiment anbieten, das auch aus ökologischer Hinsicht ganz perfekt für sie geeignet ist. Durch unsere Kontakte in alle Welt ist es uns möglich, Trends in der Verpackungsindustrie frühzeitig zu identifizieren und unseren Kunden zugänglich zu machen. Etwa wenn es um den Bereich Umweltschutz und umweltfreundliche Verpackungen gibt, sind wir einer der Vorreiter auf dem Markt. Mit unserer eigenen Grafikabteilung können wir Drucke möglich machen, genau so wie Sie sich vorstellen auf Ihren Verpackungen. Wir lagern diese dann für Sie ein, dann können Sie sie genau dann einsetzen, wenn Sie sie benötigen. Das macht einen tollen Eindruck bei Ihren Kunden und macht einen tollen Eindruck bei den Leuten, die noch nicht ihre Kunden sind. Winkler & Schoan hat derzeit 40 Mitarbeiter, die hauptsächlich hier aus der Region kommen und wir sind stolz darauf, dass ein Großteil davon sehr langjährig bei uns beschäftigt ist. Der längste Mitarbeiter ist inzwischen seit 45 Jahren bei uns und darauf sind wir sehr stolz, denn das sichert unsere Qualität und sorgt dafür, dass wir auch Wissen aus vielen langen Jahren weitergeben an die junge Generation, die wir dann wieder ausbilden. Winkler & Schoan ist ein anerkannter Ausbildungsbetrieb. Wir bilden derzeit zwischen 6 und 8 Auszubildenden in den Berufen zum Groß- und Außenhandelskaufmann oder Kauffrau und zum Fachlageristen aus. Wir freuen uns damit, einen Beitrag zu leisten, dass junge Leute einen Beruf erlernen können und suchen uns auf diesem Weg natürlich auch kompetente Mitarbeiter für unsere eigene Zukunft. So sichern wir unsere Zukunft und die Zukunft unserer Jugend. Ein schönes Beispiel für unser kulturelles Engagement ist etwa die Aktion Paperbacks. Das ist eine Aktion in Kooperation mit dem Gewerbemuseum der LGA und dem Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg gewesen, wo wir 1997 zusammen mit der Künstlerin Annette Blocher Papiertragetaschen gestaltet haben. Sechs unterschiedliche Papiertragetaschen, die alle nummeriert sind, limitiert und heute wahrscheinlich die teuersten Papiertragetaschen der Welt sind. Wir befinden uns hier gerade in unserem Messestand. Mit diesem Messestand finden Sie uns auf zahlreichen Messen in Deutschland, etwa auf der Street Food Convention oder der Südback oder der Intergastra. Wo auch immer Sie uns suchen, Sie können uns treffen. Winkler & Schorn ist aber auch ein mittelständisches Familienunternehmen. Wir unterstützen hier in Mittelfranken Sportvereine, wir unterstützen Kulturveranstaltungen und wir sind aktives Mitglied des örtlichen Gewerbeverbandes. In diesem Sinne leben wir Corporate Citizenship als etwas Selbstverständliches. Winkler & Schorn ist ein Unternehmen in der Gemeinde Rosttal und in Mittelfranken. Und heute bin ich 94 Jahre und bin immer noch täglich im Betrieb und freue mich, wenn ich zusehen kann, wenn unter der Fürsorge von Christian, von meinem Sohn, der Betrieb wächst. Musik 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 Xavier Wir hoffen Musik Uhr Bis zum nächsten Mal.